Dortmunds Innenverteidiger Neven Subotic steht unmittelbar vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 28-Jährige soll bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Es fehlt nur noch der Medizincheck. An eben diesem war im Sommer ein Transfer des Serben nach England zum FC Middlesbrough gescheitert. Subotic hatte wegen einer Rippenverletzung lange gefehlt, ist mittlerweile aber wieder einsatzfähig.